Bevor das Video anfängt, Deadstock hat eine mega geile Aktion und zwar der Hoodie, den ich anhabe. Den könnt ihr alle umsonst bekommen. Den Hoodie gibt es noch in Beige und es gibt hier noch in Schwarz. Er hat halt immer so eine Linie um den ganzen Hoodie bestickt. Gold auf Schwarz, hier Gold auf Beige und Silber auf Bordeaux, Freunde. Also sehen wirklich alle fresh aus, sind alle fresh, haben einen geilen Schnitt, sind mega bequem. Wie kriegt man den umsonst? Man muss bei Deadstock irgendeine Hose in den Warenkorb reintun. Egal wie teuer, gibt es mega günstige Hosen auch dort. Dann tut ihr einen von den drei Hoodies in den Warenkorb, also in Rot, in Beige oder in Schwarz. Und dann gebt ihr einfach den Code REDHOODIE ein. Sobald ihr den Gutscheincode eingelöst habt, dann zahlt ihr nur die Hose und den Hoodie, der 30 Euro kostet, die kriegt ihr umsonst. Ist eine Ehrenaktion, Freunde, ist limitiert, wird wahrscheinlich schon in ein, zwei Tagen schon ausverkauft sein. Deswegen checkt ihr ab, erster Link in der Beschreibung. Viel Spaß mit dem Video. Let's go, das sehe ich jetzt. Zukünftige Gameplays, Deathrun, Videos mit den Jungs, mit Nasty und den anderen, die kommen alle auf den neuen Channel. Alle auf den Ready Channel. Der Ready Channel wird dann umbenannt auf Red Summer. Und ja, so ist es, Freunde. So wird das gemacht. Wo soll ich das hin? Misty Meadows oder Lazy Lake? Guck mal, Leute, ich habe auch ein letzter Gameplays hochgeladen. Teilweise relativ wenig gecuttet und teilweise welche, die waren extrem viel gecutt mit Effekten. Was habt ihr mehr gefühlt? Mit weniger oder mehr? Seid ehrlich. Ich hoffe, ich werde das nicht mehr schüftt mit denen. Was hat das nicht mehr gefühlt hat? Wirklich? Wow, guter Starter Bomben-Starter Wow, ich bin stecken geblieben Ich schwöre bei Gott, ich kann mich nicht bewegen Oh mein Gott Oh mein Gott Ey Bruder, Bruder Dann muss ich los Taktisch Knackisch So Digga Es sind so viele Gegner hier Oh, wäre der jetzt drauf gewesen Das wäre so ein Clip Ah, shit Digga, ich will noch mehr Ich bin hungrig geworden Ich bin jetzt warm geworden Ich bin original jetzt warm geworden Oh, das sind so viele, Mann Ich will auch noch ein paar haben Bitte Bruder muss los Jetzt haben wir ihn gerade so auseinander genommen Ey, wir haben neun Kills, Mann Das hatte ich noch nie gehabt in dieser Stadt So, weiter geht aber die Reise Weil ich weiß, hier sind noch welche Ich weiß, hier sind noch welche Oh, da sind die doch Bruder, wie viele jetzt habe ich gerade gegeben Okay, ich muss auch sagen Das waren doch keine sauberen jetzt So, P9 Oh, P9 hätte ich auch schon Bock mehr Aber Digga, kein Platz, Bruder Kein Platz Der Sniper ist leider wichtiger Zehn Kills, Digga Vielleicht wird es sogar noch mehr Boah, was machen wir hier gerade? Boah, es sieht ein bisschen ruhig aus hier Ich finde, wenn es zu ruhig ist Dann habe ich auch keinen Bock mehr Oh, da vorne Kleiner Sweat, wie er sich da rumbewegt hat Digga, es war schwierig Jetzt meine PQ-Formel hier einzusetzen Um genau zu berechnen Wo er gerade steht So Komm schon, Red Komm schon, Red Nur ein Hit, Digga Ein Hit, doch gar nicht Oh mein Gott Wichtig Bruder, die machen ja wieder richtig ernst Aua Auch Bauer, das gar Auch Bauer, das gar Auch Bauer, das gar Ich weiß nicht Ich muss los Scheiße Komm schon, gib mal zwei Flossen Oh mein Gott, Bruder Nee, das ist keine Flossen Ich dachte, das wäre jetzt glöppig Meine Jule Freunde, Digga Was passiert hier gerade in dieser Runde wieder? Was passiert hier gerade wieder? Zwölf Kills haben wir schon Boah Das ist ja wieder so ein Sweat Jetzt kann keiner mehr schreiben Die Gegner sind Bots Das ist die Arena, Mann Hier gibt es keine Bots Aaaaaah Aaaaaah Okay Boah Digga Was geht wieder mit der Zone ab? Ich bin am Arsch, Bruder Das bockt gar nicht Das muss doch eigentlich so schnell gehen Ich habe keine Zeit, Bruder Die Zone kommt Oh shit Warum so wenig Hitze, Digga? Ich schwöre es dir, die Augbar ist in vielen Hinsichten tausendmal besser Wow Also der Typ war ganz gefährlich, Digga Das muss man schon sagen So, gib mir jetzt deine Waffen Oh shit, die Zone Oh shit, die Zone Oh fuck, Mann Ah, 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 ah Oh, da ist er doch Richtig? Wurde fast gesniped Gefährliche Situation Das ist wirklich so ein gefährliches Match wieder, ne? Das ist nicht mehr lustig Ah Er hat mich so gelasert, der Typ, ne? Das ist keine lustige Runde Die Runde ist nicht lustig Die Runde ist nicht lustig, Digga Die Runde ist ernst Ja, in dieser Runde darf man echt nicht rumalbern, Digga In dieser Runde darf man wirklich nicht rumalbern Er kann mich so easy trappen Aber zu aufgeregt Oh, der Shot war scheiße Richtig Fischi Besser, Mann I love you Okay Die Runde ist ernst, Freunde Die Runde ist ernst Das ist eine ernste Runde Boah, diese Baba-Sniper, Digga Wichtig Okay Wir gehen erstmal Richtung Zone Auf Safe angelehnt, Freunde Leute, Hashtag Hype Hashtag Hype Das ist eine ernste Runde Ich höre, die Snipes sind so wichtig In dieser Runde haben wir so Baba-Snipes rausgehauen Das war so wichtig, ne? Ja Ja, ich glaube, der hat absolut rumgelackt Aber, weißt du was? Juckt mich nicht Oh mein Gott, wenn ich das alle bekommen könnte Dann wäre es der 20-Bomb War es einer? Digga, aber da war es eigentlich so gut, ne? Der war eigentlich so gut Er war ich selber Er hat gerade geweint Er hat so an seinen Oh mein Gott, das war ich gerade Er hat an seinen Ohrläppchen gehört, ne? Das Ding war so close Rückgesniped, wow Okay, Freunde Ich habe keine Sniper mehr Das heißt, ich muss jetzt in den Nahkampf gehen Die Zone is close Der Typ geht schon direkt Richtung Zone Ah, nee, Digga Blum Oh, nee, Bruder, Bruder Mach nicht den, mach nicht den Entspann dich ja, Digga, ein bisschen Oh, Digga, wenn ich das noch alle bekomme Das wäre so eine heftige 20-Bomb, Digga Das wäre so eine heftige 20-Bomb Wo sind die anderen eigentlich? Ich habe drei Gegner Boah, ich choke gerade Ich gerade choke, ich muss sagen Ich choke gerade doll, Digga Weil jetzt gerade so ein anderer kleiner Fettzeug Sich eingenischt hat Ich chill erstmal Beobachte die Lage Ein Gegner hier vorne Ein Gegner direkt unter mir Oh mein Gott Und ein Gegner da hinten, oder was? Ach, scheiße, Mann Die Runde ist auf jeden Fall ernst Oh mein Gott Warum barbelt er nicht? Was Gott Was Gott Was Gott Nooo! Er hat den Shot gewählt, Digga! Verdient hat er gewonnen, Digga! Nein, Mann! Das war so ein... Mein Herz! Mein Herz, Digga! Das war die spannendste Runde, die ich seit langem hatte. Digga, die haben so ernst gemacht. Boah, schade, aber da haben noch 17 Kills, Digga, wow! Huch, Digga, mein Herz, mein Herz, mein Herz tut weh, Digga. Mein Herz tut grad weh, das war zu doll. Ey, das tut weh, Leute, das tut grad so weh, ne? Das tut grad so weh, das tut grad so weh, da muss los. Huch! Weh, das tut kur peacem commiss premiers. Perfekt85 Mark, Vielen Dank.